Ankündigung vom 1.12.2017 bis 24.12.2017 gibt es einen Adventskalender von mir, bei dem jeder daran teilnehmen kann, der Good Game Empire auf Deutschland als spielt. Alle Teilnehmer der Burgenfolge nehmen automatisch daran teil. Wenn ihr auch dabei sein wollt, jedoch nicht in den Burgenfolgen drin vorkommen wollt, schreibt mich einfach an per YouTube Kommentare im Spiel oder Skype mit eurem Spielernamen. Ablauf. Ich werde vom 1.12.2017 bis 24.12.2017 jeden Tag zwei Spieler auslosen mit einem Online-Tool, die dann ein Geschenkpaket von mir bekommen. Um es gerecht zu halten, kann keiner oder keine zweimal beim Adventskalender abstauben. Und jetzt. Jingle Bats, Jingle Bats, lalalalala. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich mir bei GuteFrage.net mal ein paar Fragen über Good Game Empire rausgesucht. Deswegen halt Good Game Empire Fragen von GuteFrage.net. Da habe ich mal ein paar schöne Fragen gefunden, aus dem Format natürlich klar von anderen halt kopiert, die das vorher schon verwenden, sagen wir mal beim allgemeinen Sinn. Aber ja, noch nicht über Good Game Empire. Von daher kommen wir auch, dass auf jeden Fall noch mal auch noch mal ein bisschen drüber halt. Reden über Good Game Empire. Also ich will auch gar nicht weit rumschweifen. Ich sollte auf jeden Fall noch irgendwie halt... Ne, brauche ich nicht. Wollte mir gerade eine Uhren machen. Ich glaube, ich kann noch zirka merken, wann ich wie lange nicht aufnehmen. Lala, die erste Frage, die ich hier nämlich habe. Ich blende sie natürlich hier auch mit direkt ein. Wie lösche ich meinen Spielaccount bei Good Game Empire. Ich habe natürlich halt nur die die obere Beschrift halt unter die Frage dazu aufgeschrieben, weil ich das natürlich auch wichtig finde, dass ich jetzt keinen bloß stelle, wenn zum Beispiel irgendwie mal eine blöde Frage kommt. Irgendwie kann man nur so scheiße blöde Fragen stellen, die man kennt den. Oder ich will hier niemand bloßstellen. Ich werfe nur die Fragen halt. Und ihr könnt auch, glaube ich, bei GuteFrage.net selber nachgucken. Aber vielleicht gibt es die Frage doppelt oder dreifach. Ha! Also wie kannst du deinen Account löschen? Zurzeit glaube ich, geht das im Endeffekt einfach gar nicht mehr. Früher ging das mal, da konntest du halt dem Support halt auf jeden Fall anschreiben und konnte es darum bitten, dass ein Account gelöscht wird. Ich glaube, mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Warum das nicht mehr funktioniert, kann ich ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es halt zurzeit einfach nicht mehr funktioniert. Ich glaube, im Forum stand mal irgendwann mal irgendwo mal irgendwie was darüber. Ich habe es aber im Grunde ganz vergessen, weil ich denke mir, wenn ich aufhör zu spielen, kann ich einfach sagen, ja, ich höre auf. Fertig. Okay, zweite Frage habe ich jetzt auf jeden Fall. Ich blende sie natürlich auch alle auch fleißig schon hier ein. Good Game Empire startet nicht mehr. Was nun? Dass die Überschrift und die Frage ist halt, Good Game Empire startet nicht mehr, kann mir jemand helfen? Also wenn Good Game Empire bei dem Spiel nicht mehr startet, gibt es ein paar Möglichkeiten, was daran liegen konnte, warum das Spiel halt nicht mehr startet. Zum einen könntest du einfach deinen Cage und deine Cookies von deinem Browser einfach löschen und am besten auch deinen Browser einmal schließen und neu wieder öffnen. Das könnte vielleicht daran liegen. Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel dein Flash nicht aktuell ist, den sonst auch noch mal aktualisieren halt. Dann kann es natürlich auch sein, dass halt einfach zum Beispiel eine Wartung ist oder halt einfach, äh, der Server halt, äh, ja, wie zum Beispiel letzten Wochen, dass er serverlich anwählen war, anwählen war, wegen dem DNS oder sowas. Das kann natürlich dann auch sein. Ansonsten, ja, einfach mal, wenn das alles auch nicht funktioniert, andere Leute aber ins Spiel reinkommen, du nicht ins Spiel reinkommst, würde ich sonst einfach mal anderen Browser sonst einfach mal probieren. Das könnte natürlich dann auch noch funktionieren. Wenn jetzt noch Faktos von Browser ich verwende, ich verwende den, äh, Firefox, den neuesten, glaube ich. Der heißt irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber ich bin letztens erst, äh, aktualisiert und der ist, der läuft euch flüssig aus. Ich hab da noch ein bisschen was dran, dran rumgeschraubt und dran rum eingestellt halt so und, äh, ich mag den, also das Spiel läuft flüssig halt. Manchmal ist meine Internetleitung ein bisschen lahm, aber das ist ja eher halt, äh, mein Internetleitung-Problem. Dritte Frage, die ist auch, äh, ja. Meine Mutter ist spielsüchtig. Good Game Empire, was soll ich tun? Meine Mutter spielt seit knapp einem halben Jahr Good Game Empire und sitzt so rund um die Uhr, äh, rund um die Uhr am PC. Unsere Familie bricht Stück für Stück auseinander. Sie macht nichts mehr im Haushalt, steht nachts auf zum Spielen, spielt morgens vor der Arbeit und ist kaum noch ansprechbar. Mir geht es wirklich schlecht, deswegen, ich weiß nicht, was ich tun soll, kann, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Oh, ja. Das Thema ist natürlich, also, gerade Spiel und, äh, Spielsucht und sowas halt, ist halt, äh, schwierig. Was ich da halt einfach sagen würde, wenn, also, gut, ich meine, ihr hören am meisten jetzt nur die Good Game Empire-Spieler mit, aber zum Beispiel, wenn ihr vielleicht irgendwie in eurem Haushalt, äh, Leute irgendwann mal bemerkt, wo ihr denkt, hey, was sind das denn hier für Fremde und irgendwann bemerkt, das könnte eure Familie sein. Äh, das ist schwierig. Ähm, überhaupt bei, ähm, Spielsucht oder halt, äh, ich denke mal, einfach mit den Menschen einfach reden halt so. Ich glaube, das ist halt, äh, wichtig halt. Und denen halt auch, äh, klar machen, was das halt einfach ist. Ich habe zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang, ähm, auch mal halt einfach, glaube ich, halt einfach zu viel einfach gespielt halt. Und, ähm, das ist halt einfach nicht gut, weil du, ähm, nimmst dann einfach so, äh, das ist, ja, du bist einfach zu viel halt wirklich am Rechner dran, am Spiel halt so. Und das ist auch irgendwie nicht so geil, glaube ich halt einfach. Von daher würde ich dir halt einfach sagen, halt, äh, einfach probieren auch weniger halt, ähm, zu spielen. Also halt, äh, gut, ich glaube, von der Mutter her, einfach halt, also, wenn ihr zum Beispiel Leute bei euch in der Familie habt, ähm, sprecht ihr einfach nur, wenn ihr zum Beispiel selbst irgendwo mal angesprochen werdet und sagt, du spielst ein bisschen viel. Einfach mal vielleicht ein bisschen, äh, ja, einfach auch da drauf eingehen. Weil ich glaube halt einfach auch, dass, äh, gerade durch, durch solche Texte halt, dass sich, glaube ich, auch die, die Leute in unserem Umfeld manchmal auch Gedanken darüber machen. Vielleicht denken, oh, der könnte vielleicht ein bisschen viel spielen und dann das vielleicht auch ein bisschen einzuschränken. Zu mir wurde übrigens auch gesagt, du spielst ein bisschen viel und ich habe das dann auch halt ein bisschen, äh, mehr halt auch, äh, eingeschränkt. Und es tut mir auf jeden Fall gut, dass ich meine, äh, ich sage nicht genau, wann jetzt meine Spieldauer ist, weil dann, äh, ja, könnt ihr alle heimlich meine Burg angreifen. Will ich ja niemanden hier jetzt unterstellen oder so, aber, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich meine, äh, aber halt, dass man auf jeden Fall, ähm, eine gewisse Zeit einfach hat, wo man spielt und eine gewisse Zeit einfach hat, wo man auch einfach nicht spielt. Aber man sagt, okay, da ist Rechner aus, da mache ich nichts. Da bin ich, äh, draußen, lauf rum oder, äh, spiel irgendwo. Oder probiere ich auch mit meinem, äh, Umfeld, halt mit meinem Real-Life-Umfeld einfach auch, äh, auseinanderzusetzen. Mich mit denen zu unterhalten, mich mit denen zu reden, halt sowas halt. Und probiere nicht die ganze Zeit über halt irgendwie ein Event nachzulaufen oder sowas halt. Mit der Person halt einfach auch, äh, reden. Also sich auch mit der zu unterhalten, hinzusetzen, pass auf, Mutti, du spielst ein bisschen viel. Und ich, ich möchte einfach mehr mit, mit dir reden, Dings, dann können wir das vielleicht irgendwie probieren, ein bisschen einzuschränken. Und probieren das halt einfach in dem Sinne halt einfach so zu machen. Nicht sagen, du spielst ein bisschen viel, hör auf damit, du blöde, Kuh oder so. Einfach auch in einem ruhigen Ton einfach sagen, hey, komm, lass vielleicht, äh, was ich weiß auch. Man kann ja auch zum Beispiel, wenn man, wenn sie zum Beispiel nicht weiß, was sie sonst machen sollen, halt einfach auch, ähm, da zum Beispiel Optionen. Hey, lass zum Beispiel einfach mal einen Abend ins Kino gehen oder sowas halt. Oder halt essen gehen oder halt irgendwas anderes machen. Auf jeden Fall andere Aktivitäten. Weil wenn du einfach nur sagst, hey, ich spiel nicht, aber lass doch für Fernseh gucken. Ich meine, äh, gut, ich meine Fernseh gucken, ob ich jetzt Fernseh gucke oder Good Game Empire spiele. Ja, ich kann ja auch GTA spielen. Fünf. Oder halt irgendein anderes Spiel. Also, man hat schon, äh, auch, äh, was dafür anbieten, glaube ich, dann ist das auch so ein bisschen. Aber Spiele, manchmal sowieso halt, hätte das Thema, weil ich, äh, kann jetzt auch, weil zum Beispiel andere Leute, die zum Beispiel weniger spielen, wie ich, kann ja auch sagen, du bist ja voll spielsüchtig. Wenn das deine Einschätzung ist, ja. Und jetzt geh mit mir Eis essen. Danke. Nächste Frage. Die nächste Frage ist, äh, Good Game Empire schnell leveln, aber wie? Hilfe. Hey Leute, ich spiele Good Game Empire seit heute und wollte fragen, wie man schnell leveln kann. Danke im Voraus. Oh, schnell leveln, gibt's, äh, viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wenn du ganz zu Anfang halt, äh, anfängst zu spielen, würde ich einfach mal sagen, ja, MPC zieht er einfach angreifen, Türme, 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 Türme. Und dann kommt es auf jeden Fall auch, äh, voran und natürlich auch ausbauen. Also alles, was dann im Questenbuch halt einfach steht, bis, äh, Level 70 mit ausbauen, kannst du auf jeden Fall machen. Du kannst auf jeden Fall auch noch XP fahren mitnehmen und kannst, äh, hast viele Sachen auf jeden Fall wieder auch leveln kannst. Gibt immer was. Könntest du natürlich auch, ähm, einfach mal sagen, hey, ich bin ja Vollrubin-Spieler und kannst du direkt gleich XP halt kaufen. Kannst du auch machen, aber ich weiß nicht, ob das immer so geil ist. Also ich finde, äh, GGE ist eh so ein Endlos-Spiel halt. Von daher, ja, und du hast im Endeffekt auch immer was zum Ausbau und immer irgendwo, äh, scheiß halt im Endeffekt zum Ausbau und von daher würde ich mir da jetzt nicht so wirklich die Gedanken machen, was du da jetzt wie, was, wo ausbauen brauchst oder möchtest oder solltest. Daher lasst du dir lieber Zeit und, äh, auf dem Level, wo du sagst, da spiel dich gerne, da hab ich Bock, spiel da und auf dem Level, wo du sagst, äh, da hab ich weniger Lust zu spielen, da kannst du dich ja probieren, bis hochzuleveln. Wo ich kleineres Level eh mal recht geil fand, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte auch nie Level 70 sein. Ich wollte nie Level 70 sein. Ich wollte nie Level 70 sein. Hab nie wirklich gelevelled. Von außen war ich hart wie Kohle. Und doch hab ich aufgebrannt. Frage 5. Wie baut man bei Good Game Empire eine Handelsmetopole, Königsturm oder Hauptstadt? Also bei Good Game Empire kannst du das nicht bauen. Du kannst, äh, in der HM, HS und, äh, Königsturm nicht bauen. Die stehen halt überall auf der Karte halt drauf. Und die kannst du halt nur erobern. Genauso wie du halt auch kein, ähm, AP bauen kannst. Also du kannst nur ja APs erobern. Freie APs oder APs von anderen Spielern halt. Und, äh, genauso ist es mit den, ähm, Handelsmetropolen halt auch. Die sind quasi halt ähnlich wie, ähm, APs. Also die, die HMs und HS, Handelsmetropolen und Handelshauptstädte, sind ähnlich wie die, ähm, APs. Da steht auch nur halt noch ein bisschen halt mehr drin. Aber die kannst du auf jeden Fall halt nur erobern. Und die Königstürme sind ähnlich wie die Momente, die kannst, äh, Monumente, die kannst halt, wenn du von dem anderen halt quasi die, ähm, Arminen rausklopst, kannst du dir direkt halt kriegen. So. Im Ruhm und Ganzen. Das war's. Zu der Frage. Frage 6. Was nützt der Seuchenbefall in Good Game Empire? Naja, was passiert, wenn ich einen Seuchenbefall abkriege oder wenn ich einen Seuchenbefall abkriege oder wenn ich einen Seuchenbefall auf andere Burgen loslasse? Was passiert mit denen? Och, ganz einfach. Das ist, also, Seuchenbefall ist halt ähnlich wie halt eine, ähm, Sabotage. Nur halt, äh, der Seuchenbefall ist halt anonym. Also auch wenn die Seuche auffliegt, ist sie halt anonym und niemand weiß halt, woher sie kommt. Und ist halt ähnlich wie eine Sabotage. Das bedeutet, wenn du irgendwo eine Sabotage kriegst, du sagst halt, ui, ich hab eine Sabotage bekommen, ähm, kannst, du kannst ja mit Rohstoffen dann ja einfach dein Gebäude reparieren. Das ist bei der Seuche auch. Sieht nur einfach nur anders aus und passiert auch sonstiges. Du kannst halt einfach nur reparieren, fertig. Oder auch fertigstellen, ganz einfach mit Rubin. Aber wer macht das schon? Also von daher. Einfach halt, äh, reparieren, fertig. Oder halt, du kannst auch mit Allianzhilfe, kannst du das auch einfach machen. Wir müssen nur ein paar Leute ein bisschen klicken halt. Ich glaube, ich muss ja auch kurz mit dem Klicken. Klicken. Und dann ist auch schon fertig. Okay, kommen wir mal zur letzten Frage, der Frage 7. Und da steht, ähm, Good Game Empire, was tun gegen AP-Klau? Wir sind eine kleine Allianz und, und uns werden jetzt andauernd APs geklaut. Was sollen wir tun? Ne, äh, ne, was sollen wir tun? Bin, ach, bin verzweifelt. Ja, erstmal lerne Satzzeichen, obwohl ich kann auch manchmal keine Satzzeichen. Ich bin, ähm, der Satzzeichen, Dings. Beim AP-Klau, ähm, hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen, wenn du weißt, da wird, zum Beispiel, dir wird, oder soll ein AP geklaut werden, kannst du probieren, den, ähm, nur die Eroberung. Das bedeutet, du machst OT rein. Und ihr müsst einfach nur halt die Eroberung raus. Das bedeutet, alle Angriffe, die da rauf gehen, scheißegal halt. Und ihr stellt einfach, ähm, für die Eroberung, stellt ihr auf jeden Fall Truppen rein. Und deft einfach nur die Eroberung raus. Danach, wenn das häufiger wirklich passiert, und jemand, der euch den AP klauen möchte, und auch von dir halt, und du hast die Gelegenheit, den zum Beispiel einmal rauszudeffen, setzt dir halt einfach eine Taube, dann ist der auf jeden Fall halt, äh, gesichert. Würde ich einfach sagen. Wenn ihr beim Spieler nicht, äh, wenn ihr dem Spieler nicht helfen könnt, der zum Beispiel nicht da ist, oder keine Ahnung was halt, dann wird es natürlich, äh, schwieriger, weil dann da immer wieder Dev reinzustellen, dann müssen auch die Dev-Einstellungen wirklich passen halt. oder halt sonst einfach probieren, diplomatisch mit der anderen Allianz sich einfach wirklich zu unterhalten. Und vielleicht nicht unbedingt die halt, äh, ja, böse angraben oder sowas, sondern direkt einfach sagen, pass auf, wir möchten euch einfach nicht diesen AP da halt gerade abgeben. Der gehört zu unseren Allianzen. Und, äh, können wir das vielleicht irgendwie alles halt so ein bisschen halt anders klären und einfach ein bisschen halt auch mit denen reden. Es gibt wirklich manchmal Sachen, dass ihr da einfach mal gut auch mit den Leuten reden könnt. Und von daher würde ich einfach mal sagen, würde ich das einfach in dem Sinne nochmal halt auch probieren. Also einfach mit den Leuten halt, äh, ja, ein bisschen zu sich unterhalten. Okay, ähm, das war's jetzt auch schon von mir. Äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaltet habt. Könnt, wenn ihr wollt, gerne ein Abo da lassen. Könnt auch gerne meinen Kanal zusätzlich auch nochmal abonnieren. Ah, nein. Doppel gemobbelt. Ähm. Könnt auch gerne ein Like da lassen. Oder halt ein Kommentar oder halt, ähm, eine positive oder negative Bewertung halt. Und, hört euch allen noch einen schönen Dienstag. Bis zum nächsten Mal, sagt der Ektor Wolle. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.